Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Saw. Wir müssen hier drüben in den OP-Raum rein, der davor verschlossen war. Und hier sehen wir schon vier Leichen oder lebendige Männer, ich weiß es nicht, auf dem Tisch liegen. Und da sind wir drin. Ohne Schlüssel. Okay, wir haben hier vier Leichen. Die Männer hier sind tot. Einer davon hat den Schlüssel. Doch bevor wir hier rumschnippeln, schauen wir uns hier ein wenig um. Könnte ja sein, dass ich hier noch irgendwas finde. Hier drüben sehen wir die Aufnahmen. Also, wen haben wir denn hier? Forkner. Forkner soll den Schlüssel haben. Und wir sollten mal hier die Namensschilder lesen. Johnson. Johnson hat sogar Blut. Aber die anderen hier sind blutfrei. Okay, wo ist mein Mann? Ein Tonband. Das sollten wir mitnehmen. Okay, wir sollen also wirklich den richtigen finden. Alles klar, legen wir los. Leiche durchsuchen. Das könnte widerlich werden. Oh nein! So eine kranke Sau. Aber wir haben's. Okay, bekommen wir Besuch. Aber mal ganz ehrlich, wie krank kann man sein, wenn man so einen Schlüssel da drin versteckt und da noch den ganzen Bauch hier voll macht mit Stacheldraht. Oder Rasierklinge oder was auch immer das war. Das ist schon ziemlich widerlich. Na, die Maschine hier kennen wir bereits. Okay, die Tür hier drüben ist verriegelt. Ah, entriegeln. War dennoch ziemlich laut. Würde ich mal hier behaupten. Okay, warte mal hier hin. Waren wir hier schon? Jepp, hier waren wir schon. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Natürlich. Ja, natürlich. Hier drüben habe ich meine Füße sauber gemacht. Ja. Und hier sehen wir die Leichen. Gut, hier waren wir schon. Kann ich jetzt eigentlich sehr schnell zuhauen. Ja, mit der Klinge hier, mit dem Skarpell. Ja, geht das schon alles ein bisschen schneller, denke ich. Hier ist mein Kumpel. Und hier wollen wir hin. Was wäre gewesen, wenn ich jetzt laut gewesen wäre? Wäre dann hier ein Gegner gekommen? Oh nein. Das ist mies. Leute, wer baut denn sowas? Der Mann, der sowas baut, muss wirklich absolut verrückt sein. Na gut. Ja, nicht nach unten sehen. Oh nein, sowas. Sowas kann ich gar nicht, weil ich die Playstation so dämlich hier platziert habe. Aber es geht dennoch irgendwie. Oh, oh, oh. Und wir sind drüben. Hui. Können wir sie retten? Alles klar, hier drüben können wir rein. Aber hier können wir auch rein. Habe ich hier eben gerade jemanden gesehen? Freiheit. Aber nicht für uns. Freiheit ist eine Illusion. Na, das wollen wir noch sehen. Lass mir hierhin ein bisschen bedienen. Okay, die brauchen wir nicht, weil ich voll geheilt bin. Die hier können wir nicht mitnehmen, soweit ich weiß. Mhm. Strom. Strom ist mein Freund. Und ein Nagel. Oh nein, was haben wir hier? Na, Moment. Beeilung, Beeilung, Beeilung. So. Ah, so funktioniert das Ganze hier. Okay, wir haben es. Eine Spritze gefunden. Nichts gefunden. Da drüben waren wir schon. Hier noch hin. Wieder nichts. Moment. Erstmal hierhin. Stromkreis. Okay, wir brauchen irgendeinen Teil. Um hier weiterzumachen. Aber wir können hier sehr weit gehen. Ah, hier drüben. Guck mal hier. Wieder leer. Hm. Hm. Okay, Moment. Ich gehe wieder zurück. Ich gehe wieder zurück zu dem einen Raum. Vielleicht können wir ja da schon rein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schauen wir uns mal ganz genau die Tür an. Okay, hier drüben. Ah, okay. Wir brauchen anderen Schlüsse. Ich dachte, meiner würde funktionieren. Wäre aber wohl ein bisschen zu einfach. Und ich wette, dich hier werden wir auch noch gebrauchen. Ich hätte so gerne Schuhe. Schuhe würden mein Leben auf jeden Fall ein wenig leichter machen. Meine armen Füße. Allein der Boden hier. Das ist so abartig. Eine Kiste. Eine Nummer da oben. Eine ID. Geschwärzt. Aha, aha, aha. Sehr viele Infos. Ich höre jemanden. Okay, was genau sollen wir das jetzt sagen? Dass wir beobachtet werden? Oh, hier drüben. Eine Kamera. Die scheint auch zu funktionieren. Was haben wir hier? Ein Rohr. Und hier drüben... Eine Krücke. Aber soweit ich weiß, wenn wir eine Sache mitnehmen, verlieren wir die andere. Na komm, wir bleiben hier mal beim Skalpell. Würde ich ganz gerne sehen. Deswegen behalten wir es. Und ich denke, das ist wirklich verdammt schnell. Wir können einmal hier so zustechen und natürlich hier so schnell zuhauen. Sieht auf jeden Fall very nice aus bis jetzt. Wow. Vögel. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ein bisschen hier hin. Ein bisschen da hin. Und wir sind drüben. Keine Panik. Ich bin beeindruckt, welch Balance dieser Mann hat. Jeder andere wäre runtergefallen, aber nicht er. Wow. Schrotpflänzer. Bandagen können wir immer noch nicht mitnehmen, denn ich bin immer noch voll. Und hier die Toiletten sind auch leer. Hätte ja sein können, dass wir wieder in Spritzen reinlangen dürfen. Weil wir das eben so gerne tun. Na toll. Jetzt bin ich hier in Glas gerannt. Na, warte mal. Hier kann ich runterspringen und hier drüben wollen wir hin. Sollen wir die mitnehmen? Ich weiß nicht. Normalerweise müssten wir hier nochmal herkommen. Oh. Blut. Mein Blut. Ach, von der anderen Seite. Na gut. Dann bediene ich mich. Komm, nehmen wir es mit. Ich habe so oder so noch Spritzen. Office. So. Da bin ich. Äh, wir können auch wieder nach oben gehen. Gut zu wissen, der Rückweg ist gesichert. Oh nein, 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 nein. Unzählige. Allein wie viele hier rumrennen. Okay, wen haben wir hier? Instrumente. Eine sehr kleine Leiche. Oder? Ja, könnte ein Kind sein. Oder ein Teenager. Sicherung. Wir haben die Sicherung. Die brauchen wir doch. Oh shit. Jede Menge Bomben. Symbole. Spritze. Okay, warte mal. Irgendwas können wir hier machen. Die Schlage zu any Puzzle lies in its Pieces. Sometimes you have to look at a problem from a completely different perspective. Ah, ja. Das war definitiv ein Hinweis. Und jetzt bin ich hier. Boah, ist das finster hier. Ich brauche mehr Infos. Okay, wir sehen diese Symbole. Irgendwelche Waffen. Ah, hier drüben. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. So ein Teil. Das stellen wir uns hin. Und was genau sollen wir hier sehen? Hat irgendjemand eine Idee, was wir hier sehen können? Mitten hier in der Dunkelheit. Kann ich irgendwas bewegen? Können wir hier hoch? Also, eine andere Perspektive. Eine andere Perspektive. Ah, hier drüben. Haben wir jetzt Strom? Hier, wir haben Strom. Mehr oder weniger. Ah. Moment. Bumm. Eine Schusswaffe. Hatten wir hier auch Symbole? Und das Feuerzeug geht irgendwann aus. Also, hier drüben. Spritze. Hackebeil. Keule. Also, hier hin. Und jetzt soll ich rennen. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Zehn Sekunden. Renn, 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 renn. Oh, nein, 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 nein. Sag bloß, ich bin raus. Oh, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, sollen wir den da unten umbringen? Ich hätte große Lust. Der sagt aber, wir sollen wegbleiben. Wo ist er denn hin? Hey, Kumpel. Na, wo bist du denn? Was ist hier los? Ah, hier drüben. Guck mal, hier. Oh, hier drüben. Oh, hier drüben. Detektiv Tap ist nicht der einzige Spieler hier, aber er ist die Antwort auf Ihre survival. Okay, ich denke mal, der Mann hier drüben ist harmlos. Wieso? Wieso haben wir das getan? Ich weiß es nicht. Er hatte nicht mal irgendwas dabei, nicht mal eine Waffe. Es war ein unschuldiger Mann. Aber meine Mordlust. Diese Hände können nur morden und nicht erschaffen. Ich bin ein ganz, ganz miserabler Polizist. Ich bin ein wirklich sehr schlechter Mensch. Na, hier waren wir doch schon drin. Na, die Dinger hier sind alle leer. Boah, ich bin so gespannt, wenn wir endlich da unten in diesem OP-Saal sind. Nein, hier ist zu. Wo war denn das Ding? Mal hier drüben hin. Ah, hier. So, ein Rätsel. Gut, die Dinger hier können wir bewegen. Erinnert so ein bisschen an Bioshock, finde ich. Bums, wir haben Strom. Aber hier ist Ende. Obwohl nicht ganz. Moment, wir müssen diese Dinger hier treffen. Mal so hin. Dann hier so rum. Und wir haben es. Easy going. Das Ding hier leuchtet grün. Und wir können hier durch. Und hier hin. Ich bin hier völlig alleine. Merkwürdige Geräusche. Aber alles wird gut. Da bin ich mir doch sehr, sehr sicher. Oh nein. Oh, verflucht. Hui. Mit der bloßen Faust. Mike Tyson. Na komm, irgendwas muss ich hier finden. Wenn ich hier durch kann. Nichts gefunden. Wieder so ein billiges Rohr. Wow, shit. Was nun? Was nun? Alles klar. Ich kann es nicht bewegen. Warum kann ich es nicht bewegen? Okay, wir müssen dich killen. Wo ist mein Messer hin? Ich hatte mal ein Messer. Egal, ich brauche für dich kein Messer. Denn jetzt habe ich hier so eine Keule mit Stacheln. Viel, viel besser. Tonband. Tja. Eine Seele. Die wir mit in die Hölle genommen haben. Und wir werden wirklich beobachtet. Eben gerade habe ich schon wieder was gehört. Jep, hier hört man es. Irgendwo hier ist eine Kamera. Die Tür ist zu. Und kein Weg zurück. Also man merkt schon, wir sind wirklich eine Figur. Eine Schachfigur in diesem Spiel. Wir werden hier von einer Ecke zur anderen getrieben. Und viele sind ja der Meinung, Jigsaw ist ja eigentlich kein böser Mensch. Oh. Jede Menge Bomben. Ich bin so ein bisschen anderer Meinung. Klar. Er hat eine Motivation. Die man irgendwie verstehen kann. Aber dennoch. Finde ich seine Methoden sind auf keinen Fall richtig. Eine Minute. 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 Ich brauche einen Code. Meine Damen und Herren. Ich brauche irgendwo einen Code. Ich denke, ich brauche eine Sicherung. Eine Sicherung. Bitte hier. Sicherung. Keine Sicherung. Keine Sicherung. Auch keine Sicherung. Man möge mir eine Sicherung geben. Damit ich hier mein Leben retten kann. Halbe Zeit ist schon um. Alles klar. Licht geht an. 5, 7, 9. Komm, beweg dich. 5. Immer die falsche Richtung. 7, 9. Bada bumm. Und wir können hinein. Retten sie das Opfer. Und das machen wir in der nächsten Folge. Wie immer danke fürs Zusehen. Und... Tschüss.